Willkommen auf der Satox und ich habe hier erstmal die letzten 8 Booster Packs von den Gigi Bunko. Ich hoffe, dass da noch irgendwas cooles drin ist. Und ja, schauen wir mal rein. Mal Kino und Hermes. Leider war dann der Speicher voll. Der erste Booster habe ich euch gezeigt. Den anderen habe ich jetzt einfach mit den ganzen Rares rausgesucht. Rares, SRs und so weiter sofort. Und zeigte euch nochmal, die da alle jetzt in quasi der letzten Hälfte drin waren. Das ist die zweite, das war sogar die erste. Und ja, gut, dann ist das halt ein kurzeres Video. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.